Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video, in dem ich unsere Top 4 der besten Abzugshauben 2021 präsentieren werde. Los geht's! Auf dem vierten Platz haben wir die Klarstein Aureka 60 Küchenhaube ausgewählt. Der Klarstein Aureka 60 verfügt über einen 190 Watt Motor im Umweltsmodus. Dieser sorgt für dampffreie Luft in kleinen und mittleren Küchen. Darüber hinaus weist es drei Leistungsstufen auf, mit denen eine Extraktionsrate von bis zu 610 Kubikmeter Luft pro Stunde erreicht werden kann. Dadurch passt sich die Haube gut ihren Kochanforderungen an. Ebenso ist es mit seiner Breite von 60 Zentimetern sehr praktisch. In der Tat hat ihr Kopf während des Kochens die notwendige Bewegungsfreiheit. Diese edle Haube lässt sich leicht über das integrierte Touchscreen-Bedienfeld mit Digitalanzeige steuern. Und es bietet ihnen eine unabhängige Beleuchtung mit zwei 1,5 Watt LED-Lampen. Dadurch haben sie eine bessere Sichtbarkeit auf das Kochfeld. Ebenso passt das nüchterne und elegante Design gut in jede Küche. In der Tat präsentiert es ein zeitloses Design, das sowohl zu modernen als auch zu klassischen Küchen passt. Wie bei Top Tech üblich. Wenn Sie mehr Details über die technischen Eigenschaften und die besten Preise erhalten möchten, die wir im Internet für Sie gefunden haben, gehen Sie zur Beschreibung dieses Videos. Sie haben dort alle anklickbaren Links zur Verfügung. Auf dem dritten Platz haben wir die Hermes 606S Küchenhaube ausgewählt. Sie verfügt über ein zeitgesteuertes Abschaltsystem, das das Gerät nach einer bestimmten Zeit automatisch abschaltet. Das bietet Ihnen einen großen Vorteil des Energiesparens. Dazu spricht dieses Gerät alle Kochbegeisterten an, die in einer ganz besonderen Stelle arbeiten. So profitieren Sie von einem komfortablen, diskreten und problemlosen Kochen. Diese Dunstabzugshaube verfügt auch über eine attraktive LED-Beleuchtung. Auf diese Weise wird nicht nur Ihr Kochfeld beleuchtet, sondern Sie können auch gerne Ihre Lieblingsspeisen beim Braten oder Backen beobachten. Ebenso kann die Dunstabzugshaube Hermes 606S auf vier Belüftungsstufen eingestellt werden. Das befreit Ihre Küche vollständig von allen Arten von Dämpfen und Gerüchen. Ebenso bietet Ihnen die schräge Form ein freies Sichtfeld, ohne sich den Kopf zu stoßen. Auf dem zweiten Platz haben wir die Ciara CBC S6201 Dunstabzugshaube ausgewählt. Wir haben hier ein Modell, das bei großartigen Köchen sehr beliebt ist. Einige halten es für die beste Dunstabzugshaube 2021. In der Tat liegt sein Hauptvorteil in seinem hypereffizienten Motor. Letzterer kann eine Leistung von 65 Watt erreichen. Dadurch wird in der Stunde über 380 Kubikmeter Luft weggesaugt. Somit ist es perfekt für jede Küchengröße. Ebenso handelt es sich um ein Modell der Dunstabzugshaube mit bis zu drei Geschwindigkeitsstufen. Diese wechseln sich ab, um sich besser an jede Verwendung anzupassen. Grundsätzlich ist dies ein idealer Punkt, der Ihnen unnötigen Energieverbrauch erspart. Zusätzlich sind auf diesem Gerät drei Fettfilter aufgezeichnet, die zur besseren Evakuierung und besserem Recycling verwendet werden. In Bezug auf das Design hat diese Haube ein weißes Aussehen. Das ist sehr interessant für die Dekoration in der Küche. Ebenso besteht es aus Edelstahl, der den letzten Schliff der Moderne gibt. Und ich erinnere Sie daran, dass Sie auf die Links in der Beschreibung dieses Videos klicken, um die besten Rabatte zu erhalten, die wir im Internet für Sie gefunden haben. Auf dem ersten Platz haben wir den Siara CBCS 6903 Dunstabzugshaube ausgewählt. Mit einer Breite von 60 cm, einer Höhe von 80 cm und einer Tiefe von 50 cm ist diese Dunstabzugshaube einfach zu installieren. Sie müssen also keinen Platz über Ihrem Kochfeld oder Küchenklavier haben. In diesem Fall ist es möglich, es unter den Schränken oder sogar direkt an die Wand zu schrauben. Diese Küchenausstattung ist mit einem Motor mit einer Leistung von 75 Watt ausgestattet, die sich an Ihre unterschiedlichen Kochgewohnheiten anpasst. Ebenso bietet es drei Nutzungsgeschwindigkeiten für eine Extraktionskapazität von 200 Kubikmetern pro Stunde. Dies ist genug, um Fett, Feuchtigkeit und sogar Staub aufzunehmen. So profitieren Sie von einer raffinierten Atmosphäre in Ihrer Küche. Ebenso können Sie dieses Gerät einfach über die Drucktasten bedienen. Es gibt drei Geschwindigkeitstasten, eine Stopptaste und eine Taste für die Beleuchtung. Das macht es einfach zu bedienen. Nun lade ich Sie ein, zur Beschreibung dieses Videos zu gehen, auf die Links zu klicken, um die vollständigen Spezifikationen zu erhalten und die besten Preise, die wir im Internet für Sie gefunden haben. Wenn Ihnen dieses Video dabei geholfen hat, sich zu entscheiden, dann würde es wirklich unser Herz erwärmen, wenn Sie den TopTag-Kanal abonnieren würden, um für kommende Videos auf dem Laufenden zu bleiben. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, Ihr TopTag. Ciao, ciao.